Das Tolle an der Unfallchirurgie ist, dass wir mit den Händen was tun können und unmittelbar sehen, dass es einen Effekt hat. Zu sehen, dass ein Mensch, der eben noch wegen einer gebrochenen Hüfte oder warum auch immer keinen einzigen Schritt mehr tun konnte, zwei Tage später wieder auf den Beinen ist, das ist was ganz Besonderes und das macht jeden Tag wieder aufs neue Spaß. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!